Ja, entschuldigt mich nochmal für die schlechte Bildqualität, beziehungsweise für die schwarzen Ränder, die waren nicht beabsichtigt, das lag einfach nur daran, dass ich nicht das Format 16 zu 9 genommen habe, also Breitbildformat und das wusste ich nicht, dass YouTube das nur unterstützt und ja, das werde ich dann bei diesem Video anders machen. Vielen Dank. Das war's für heute. Und das mal nicht Prober, oder? Er schiebt in Führung! Geht das was? Ich kann ja nicht immer alle Abschüsse abnehmen, scheiße ey. Ich bin einfach hier, dass ich jetzt die Resultante bescheuze, sondern das ist hier alles. Aber, jetzt kann ich ja auch, dass ich das mit der Hand auf dem Weg verscheiden muss. Er muss da eine große Herausforderung machen, dass ich ihn als Paris nicht für ein Platz nicht ausführen will. Und, dann geht es noch nicht. Das ist ein Das ist ein Deadstripe Für den Neubes. Wie es wieder kommt, hat sich da ausgedrückt. weil man so zwei Getügel hat Jetzt geht mir langsam die Muni aus. Ich brauche nun die Arata. Das war ja eine zündige Runde, oder? Einmal gestorben geht in Ordnung. Das passt. Danke fürs Zuschauen, sage ich dann schon mal. Und ich nehme das nächste Spiel jetzt auch noch auf und darum geht es noch ein bisschen ans Lernen.